so weiter geht's was haben wir denn jetzt gerade versus mission topfangen wieder ein bisschen jagen wir sind wir denn überhaupt ach ja ja okay die leckermäuler ernsthaft die leckermäuler gegen die tiere wir müssen doch weglaufen ich dachte wir sind die jäger doch du bist im team jäger alles klar doch mal richtig weil wir uns nämlich auch raus zu stanzen das kann nichts gut werden acht kilometer wir sind schon da noch nicht beieinander gespawnt was ich auch ein bisschen scheiße finde normalerweise wird man von der anderen seite es war herzhaft das hast du getan es ging ich bin in der brücke in diese scheiß kabel hängen geblieben es ist halt die scheiß du weißt halt nicht manche sachen sind sind in dem spiel fest die nächsten kannst du ja durch fliegen das ist so kurz dabei der brücke ist klar dass es nicht geht ich brauche im moment bis ich über anvisieren kann habe ich noch erwischen den rekord so ja ich bin ja tot also nee alles gut jetzt ist ja kein problem jetzt ist ja kein problem beim links das war klappt jawoll jawoll ja aber wenn ich ehrlich bin das weiß mit dem swanfunk war das hier so nah beieinander liegen ist jetzt schon ein bisschen also man hätte eigentlich die gleiche strecke von der anderen seite ja man hätte aber von der gleichen von der map von der anderen seite das nehmen können dann wäre es ein bisschen einfacher ein bisschen schwieriger geworden ne wie gesagt jetzt ist ok enrico bei diesem schlitter modus wäre es halt ein bisschen scheiße gewesen jetzt tauschen wir glaube ich jetzt sind wir nämlich ja ich glaube jetzt auch der fahrer zu sein ne ne alles gut hier ist es kein problem wie gesagt aber mit dem schlitzer wäre es halt ein bisschen doof gewesen jetzt tauschen wir glaube ich jetzt sind wir nämlich ja ich glaube jetzt auch der fahrer zu sein ne ja wobei tatsächlich die jäger hier meiner meinung nach den vorteil haben die jäger hier ich würde doch safe in die gegend fliegen und sterben freiheit jetzt fliegt er bei mich rein genau jetzt fliegt ihr beide einander und sterbt Das ist ein Verfahren, oder? Nee, hängen die man an der Mauer. Achso. Uiuiui, mich jagen sie schon. Du hast gar keine Chance auf der freien Strecke gegen den Jet. Hab ich dich irgendwann erwischt? Oh, Alter, die KI-Autos gehen im Modus hier noch mehr auf den Keks. Nee, ich wurde von den Dings und will einfach von Enrico. Uiuiuiui. Alter, die KI geht einem so aufs Schwein, ey. Unfassbar. Ja, die schießen dann rüber und so, ja. Da kann man dann gar nicht zugucken. Da war. Da war. Ja, da Europa. Ja, das wird das Ding realitiesiert. Wir haben mehr drei Löcher gehört. Oh, das war knapp. Wie flachst du noch, Markus, wie viele Kilometer? 4. Mann, ey. Die KI geht hier so auf Schwein hier in dem Modus. Seid das unfassbar. Ja. Ich sage ja, die Jäger haben meiner Meinung nach den Vorteil. Ja, ist auch oft schwer zu lenken. Dass du in die Luft geflogen bist, war klar, weil gerade Strecke und zwei, vier Raketen hinterher. Ja, ja, klar. Da hattest du keine Chance, aber wenn du nur eine abschießen willst... Du spawst aber quasi zu nah beieinander. Wie gesagt, wir hatten uns von zwei verschiedenen Seiten machen müssen. Jeder die gleiche Strecke. Ne, habt ihr euch auch aufgeteilt. Das war ja auch gut. Du hast aber trotzdem noch freie Strecke keine Chance. Tut mir leid. Das war dann dein Fehler. Ja, ist gut. Ich sage ja auch gar nicht so... Es hat passiert. Ach, nochmal. Diesmal wieder ein kleiner Tausch. Ich glaube, jetzt haben wir nämlich wieder... Hat er jetzt gewinnt. Hat er jetzt gewinnt, ja. Ja, aber eigentlich... Wenn ich dich ein bisschen dämlich anstellt, dann sollte es eigentlich funktionieren. Wenn ich aber dämlich bin. Die sind so dämlich wie ich, wenn ich in die Brücke reinfliege. So was meine ich ja genau. Ne, ich bin in den nächsten Fahnenmaske fahren. Ich hätte ja glauben können. Ich habe sie. Eigentlich witziger Modus, aber viel zu schnell. Komm, bist du los, hast dich jetzt schon dran, weißt du. Nein, 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 nein. Hä? Hä? Kein Bock mehr, Enrico? Hä? Warum gehst du nur raus? Ich bin dann raus, ne? Achso, du warst aus der Liste draußen. Gerade eben warst du in der Liste verschwunden, auf einmal noch bei Bambi im Team. Äh, ja. Deadline! Oh, geil! Ah, ne. Äh, doch. Geil. Ich komme diesmal nur in eine andere Map. Äh. Ist egal, da bin ich gut drin. Einigermaßen. Scheiße. Mucke aus, Junge, seit meine mexikanische Musik kommt. Und die, 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 die. Nein! Ja, ich bin pink. Yeah. Ich bin so gut. G-U-H-T. Ich bin so klu. K-L-U-K. So, ich bin mal im Hafen. Okay. Den Map kenne ich tatsächlich noch nicht. Mit 10 Leben. Oh, jawoll. So gerade noch. Nein! Zu spät. Zu spät eingelenkt. Der Nächste. Okay, lass mit dich. Hattest du das Problem, wenn du direkt vor einem rüber ziehst? Ja, ich bin aber selber explodiert. Jaja, ich weiß. Aber das Blöde hier ist halt diese ganzen Container neben dem Weg stehen kannst du das so schnell nicht behaben. Ja, deswegen kam ich nicht drüber. So schnell. Markus hat schon 11 Kids? Naja, insgesamt. Insgesamt. Boah, Alter. Das sind die Leben. Das sind die... Rechts unten sind die Leben, die du noch hast. Nee, bei mir wurde gerade gesagt... Ja, das ist aber inklusive des Deathmatches und privater Dinger und so. Ja, was fuck ich, Alter. So gerade noch. Oh, kurz wartet, bis der uns weg war. Ja. Ja. Scheiße. Gut gemacht. Ich hab nicht mal was gemacht. Doch, du bist da mir... Du hast die Lücke genau zugezogen in dem Moment. Nö. Ich hab nur gerollt. Nein! Gesehen rechtzeitig. Ja, was ist das? Fuck. Ein Kill. Ja. Bist du drüber gesprungen, Baby? Der hatte noch so ein Sprungteil, Alter. Ah. Fuck, der ist aber auch nicht. Ich dachte, ich bin ganz schlau und mach dir einfach den Weg zu. Ah. Oh. Boah. Glück gehabt. Das war jetzt auch wirklich Glück. Ja, toll. Aber dann kriegst du doch noch den Kill irgendwie geschenkt. Ja, keine Ahnung. Wir sind miteinander gefahren, dann bist du weiter gefahren. Nein! Tja, wenn Markus... äh... ...kevin... ...bisschen schneller gewesen. Ich hab dich aber doch noch gekriegt. Ja, weil dann hättest du mich gekillt und Markus hätte überlebt. Ja, ne, ist klar. Es geht die Scheiße wieder von vorne los. Du hast doch die Kill, du musst selber sterben. Es ging die weit gefahren. Keine Ahnung. Ja. Ja, jetzt mal auch einfach... Ja, aber du bist doch gerade in diesen Container reingekrabt. Schau mal, dass du die Container nicht berühren mir. Ja. 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 Ja, jetzt geht das schnell. Ja, ist egal. Schade. Aber dann ist immer noch einer meiner Lieblingsmodi hier. Nö, das macht doch Spaß. Baby hat nicht eingekillt. Da kann man sich wenigstens oft genug rächen. Hey, meine Kids sind mein Totenfleisch. Okay. Baby hat dich Hain mitgenommen in diese Runde. Nö, ich hätte nur das Essen noch begangen. Okay. Ich hab doch nur einmal, wo er selbst noch zugegangen. Nur einmal. Tja. Ja, das war der letzte. Wie spät haben wir es eigentlich? 2.25. Okay. Aber noch ein bisschen Zeit. Ja. Stimmt wohl. So. Ja. Was war das denn? Ja, wir haben uns noch... Da ist das Problem. Ich bin nach rechts gekommen und durch deine Linie bin ich dann doch noch gestorben. Ich bist gestorben, ja? Ja, ich bin noch gestorben. Ach ja, da sehe ich sie. Lul. Das hat sie doch noch überlebt, ey! Das hat sie doch noch überlebt, ey! Ah! Beide! Immerhin hab ich dich schon einmal mehr gehört in den ganzen Season. Was? Da war der noch im Dings und dann... Oh, tötet dich jetzt. Ich war am spawnen im Dings noch. Ja. Oh, das... Glück gehabt, er hat in dem Moment noch rübergezogen. Ich werd ja gleich zum Monte. Oh! Du wirst gleich zum Pudding? Monte! Ja, zum Pudding! Nee, Montana Black. Ich rass gleich aus, ich weiß mein Controller ist dagegen. He! Oh! Er explodiert gerade nicht um mich herum. Jetzt haben wir uns so berührt und dann bin ich trotzdem gestorben. jemals funktioniert ach man nein da war kein platz mehr das war aber auch sauknapp an dieser scheiß band ich hab's jetzt so gedacht so scheiße jetzt knallst du einfach nur noch runter also darf die container tatsächlich nicht berühren ich bin grad in cent wieder im container gescheitert da war ja was hier riecht eingebrannt ok das backpapier auf jeden fall ist aber die runde diesmal knapper als bei der map letztens da ist klar kriegt er die kill noch geschenkt ja alter aber schupp mich erst mal durch die halbe gegend alter warum stirbst du nicht ich bin doch gestern ich bin doch meine linie und stirbt nicht nein ich bin nicht durch deine linie gefahren nein wir sind direkt nebeneinander nein in cent ich bin wieder nebeneinander gefahren ja in meinem blickfeld war das nein 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 ich kann dir das zeigen ich hab das video ja mach doch schau ich mir eh an ach man jetzt geht's wieder los und es geht schon wieder los also es geht in die vor wow die kam aus dem nichts aber hauptsache sie kam also du darfst nicht gegen die wand ja da machst du nicht ja ich hab keinen bock mehr verliere ich halt wer hat gewonnen marcus ne baby ach guck noch ne runde wuuu das hast du gedreckelt ja du bist aber am wenigsten gestorben ja du bist aber am wenigsten gestorben wir sind nicht wieder auch voll sexistisch schließen die frau aus quatsch simp simp schon wieder ja aber er hat zuerst zweimal gewundert ei 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 ich sag mal was die letzte mal jetzt Kevin, Markus und dann äh ne kev und dann ich aber dann ähm nein ich hab noch einen turbo boost gehabt deswegen konnte ich gerade noch so vor dir durch ich auch und tschüss das ist jetzt vorbegangen du hast ja sowieso gegen mich heute irgendwas oh quatsch du hast mich doch letzte runde komplett gekillt ne das renn das renn ich führe denn über sie berundet und schießt mich weg ja das renn ja da ist es ne ich könnte jetzt das böse sagen aber ich glaube dann fliege ich erstmal ach kann dich raus quatsch was 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 die fliege so schnell niemand raus ich glaube die fliege so schnell aus also fliege hier nicht raus solange man nicht irgendwie komplett beleidigt ja ich kann nichts machen ne ich wollte nur sagen ich bring dir ne pappungscheißenstücher ne danke brauche ich nicht okay gut ich behaupte nur dass das dass die aktion im rennen assi war und das wirst du auch noch ne weile zu hören kriegen jo naja wir ne woche zeit hab ich ja ruhe das wird auch nächste woche noch weiter gehen naja hör ich mich das nächste woche an und fertig ich wollte gerade sagen warum sterbe ich Glück gehabt boah der muss hier naja und da geht die scheiß Linie nicht weg und der kriegt doch ne kehl geschenkt ich hab ne lange Linie ne lange Leitung ja na ein ja das war knapp hier ist sie ne Linie ne Schleimspur warte mal w noe den habe ich ja dich hab ich ja mitgenommen mã klar ich habe gesehen, wie du über den Kontrainer gesprungen bist, Junge nein, ich steppe dich von der eigenen fucking Linie Junge, warum ist denn eigentlich Baby noch nicht gestorben? Einmal nur von mir glaube ich ich habe es einmal gewohnt dann bin ich der erste, der rausfliegt gleich Mann können wir noch über deine Probleme reden da war was Baby hat eh gewonnen Alter, ich war nicht mal dran an der Linie ich habe auch schon lange und krieg den doch weg genommen, den geht da ist es immer so knapp 9000 Mann, das ist ja gar nichts sagst du das im richtigen Leben auch? ich bin so abgehoben, warum gebe ich mich mit euch ab kannst du gehen, ich weiß wo die Tür ist ich habe keine Tür und ich sitze im Briefenglis, im Bunker ich schiebe immer die Seife auf, weißt du ich springe einfach zu weit runter, ich lass mich umbringen halt fahrschwschwürfung, hab ich keinen Bock Markus hat einfach 9 Spiele gewonnen alter ob man tausend auf sich gewertet es wurden nicht genug wetten platziert passt auf da ihr könnt auch crashen das ist ja das ist das hat mir jetzt was passiert wir kommen ja auch mit der scheiße jetzt es reicht das ich dachte nur gerade ob ich da wenig zusammen gekraut in der fötus stellung nur auf dem dampen in der fötus stelle ja das gibt es ja ich wollte die zeugung in die lab geworfen ich war nett ich gebobt werde ich hier von der lab zweiter das war ja doch einfach ganz früh runter scheiße aber ich hab kevin nicht gekriegt ausnahmsweise mal nicht nicht so heute naja und dann sind wir von dem team ne ich verlasse das team freiwillig dann ja dann kann ich dich töten ach ich bin ein psychopat ich bin ein psychopat wie ist das vorhin wenn Autorennen das haben wir schon festgestellt Enrico da brauchst du das nicht zu beweisen ja im Autorennen genau einfach eisekalt ja die fällt mir hinten rein zack runter ja ja du bist so weit rüber gezogen und dann schießt mich weg ich hab das Rennen sowas von verdient gewonnen hier kann ich dich nicht mal töten ja das ist du kannst einiges du kannst einiges ja da kommt gleich wieder letzte Runde wenn du dann führst wieder wird über wartet extra noch wird er noch über wird er noch über ist wie offene Lobby bei Formel 1 teilweise da warten sie auch eine Runde damit sie den Führern wegschießen können genau so hat er das in ihm gemacht ich lass mal eigene Fahrzeuge nehmen nämlich ein Panzer oh das Lied was gerade los hab ich schon ewig nicht mehr gehört naja macht ich werde noch nie bereit gedrückt jetzt komm her ich dachte glaube ich nicht vorne oder aber ich glaube ich nicht vorne oder ne ne mitte vorne ich sagte alle nebeneinander fünf Runden wie das erwartet bis zur letzten Runde Was machst du denn schon wieder? Er wartet bis der Führende kommt Na gut, okay, bei dir lässt er, nicht lässt er ja fahren, dann zieht er nur mich wieder Nein! Doch! Nein! Alle müssen vernichtet werden Ja, das ist gut, dann geht es gut Ja, das ist gut, dann geht es gut es hat schon wieder buchsehute zaubererunde alles klar ich bin hier dreimal durch die gegend gedriftet habe alles verkackt so gut ich weiß ich war wieder wie die kriterien dafür sind ja ja man macht wieder ich bin du bist batman mann ich zerstöre betten wie kann man denn beim selbstbefriedigen betten zu stürmen das geht wenn man zu heftig macht da kennt sich jemand vielleicht hat man ja fetische ich bin ja ein kleines kind was gerne auf dem bett rumspringt und sich dabei befriedigt genau sein aber fürs kleine kind sein brauchst doch kein fetisch das ist doch so gut was so im kopf her der fetisch ist das rumspringen das geht mir schon jetzt so weit hier wir stellen fest enrico steht auf feen und auf tische und der sponsor von dem heutigen video ist babyface deine windel ich habe 50 rp bekommen weil ich über die halbe map gerollt bin so bekommt ihr da hinten fliegt die noch kommt weiter ich töte dich ich weiß jetzt der kuh werde jetzt die gleiche schweißer wieder von vorne machst ich kann ja von hinten schützen danke keine sorge enrico keiner nimmt jetzt seine position als slave weg naja doch der nächste dann habt ihr noch ein paar anhänger die zu euch heute die ständig kämen dann schreiben ja dass ich nicht der einzige zufälle der eine der karl der wird aber nicht mehr reinkommen die mir lange möchte auf den sack geht ich habe mittlerweile blockiert sagt der geht hier auf den sack auf nicht an auf die märchen geht er mir weil er sich kraft das habe ich da weil er nicht kraft das ist nicht wollen das ist der der jetzt drei viermal sitzen gelassen hat und immer noch nicht nur der jedes video kann jedes video schreibt er würde gerne in die kuh kommen und das einfach nicht versteht natürlich ja das war's du kommst auf und drehst dich erstmal ins sind irgendwas verlangt dass ich nicht will ich dass ich gewinne ja du hast das eben im rennen geschafft jetzt habe ich bin ich aufgekommen und einfach weggedreht bin zweiter momentan nur jetzt kannst du mal jemand weg schießen wenn der er führte ist das schon durch der hat er schon gewonnen nein hat er nicht ach so schade ich wollte auch vielleicht warten ob ich letzter werde was ist das ist gestorben weil ich das renne irgendwie noch beenden wenigstens ach nee okay schade die gehe ich halt arm aus der schweine ich habe die getötet ja ja aber kennig geil schön nackenglatter ja ah oh mein den nick ja ja ja